Also wir als Transformation IT GmbH denken, dass je mehr Partner in das Netz mit reinkommen, umso größer ist auch die Chance für uns als Unternehmen, in dem gemeinsamen Netzwerk neue Partner oder neue Mitarbeiter zu finden. Also je größer die Community ist, umso interessanter wird es dann auch für uns später sein.